Richard, du redest jetzt seit Wochen über das Eisbaden und Kältetherapie, warst andauernd in der Donau und das Einzige, was du uns noch immer nicht erzählt hast, ist, kann ich durch Eisbaden meine Regeneration verbessern? Das sind Fragen, die ich direkt täglich bekomme und ja, es stimmt, ich habe mir damit sehr lange Zeit gelassen, aber hier sind jetzt die Antworten darauf. Wir alle sind auf der Suche nach dem Zaubermittel, nach dem sogenannten Zaubertrank oder einem Hilfsmittel, das unsere Erholung verschleunigt und uns sportlich besser macht. Das ist vollkommen verständlich. Unabhängig, ob ich Hobbyathlet bin, einfach zum Spaß ins Gym gehe oder laufen gehe, trainieren gehe, für die Ästhetik, für die Gesundheit, was auch immer, oder Leistungssportler, Leistungssportlerin bin, damit mein Geld verdiene, den Zenit einer Sportdisziplin erreichen möchte. Es ist eigentlich für alle interessant, weil Muskelkater will keiner haben und man möchte auch so schnell wie möglich wieder im Gym sein, auf der Laufbahn sein, auf der Skipiste oder was auch immer, um das nächste harte, intensive Training machen zu können. Und das ist natürlich hier die größte Frage. Wie bin ich am schnellsten wieder game ready? Game ready kommt eigentlich aus dem Teamsport, dass man sagt, okay, ich habe heute Fußball gespielt, ich möchte morgen wieder Fußball spielen und wie schaffe ich es, morgen wieder dieselbe Leistung oder eine bessere Leistung oder eine ähnlich gute Leistung abzurufen. Und dafür ist natürlich das Thema Regeneration beziehungsweise diverse Regenerationsmechanismen super, super, super wichtig. Und eines ist mir ganz klar, dass Eisbaden oder Kälteanwendungen in diesem Sektor, Leistungssport und Erholungstherapie, Regenerationsmechanismen und so weiter, ist ja schon ein eigenes Business. Und Eisbaden und Kältetherapie wird seit Jahren in dem Bereich empfohlen. Und das Wichtige oder das Witzige eher daran ist, dass es natürlich nicht immer hilft. Und das ist jetzt die brutale Wahrheit. Eisbaden hat tatsächlich eine positive Wirkung auf die Regeneration. Absolut. Und wir müssen jetzt gleich einmal hier klarstellen und unterscheiden, wo es wirklich hilft und wo es nicht hilft. Und dabei möchte ich euch auf jeden Fall helfen. Bevor wir loslegen damit, wir haben drei verschiedene Anwendungen der Kältetherapie. Kryotherapie, also eine Kältekammer, eine Kältesauna oder, das ist kalte Luft, das wisst ihr, oder wir haben Eisbaden selbst. Das heißt, das ist immer mit Wasser in Verbindung zu setzen. Ich habe direkt Wasser auf der Haut. Das heißt, ich setze mich in eine Eiswanne, ich gehe in einen See hinein, in einen Fluss, ins Meer oder was auch immer, ich dusche kalt und so weiter und so weiter. Und es gibt einen thermogenen Lebensstil. Das bedeutet, ich gehe mit einer herbstlichen Jacke statt mit der Downenjacke im Winter draußen spazieren. Ich drehe zu Hause die Heizung runter. Ich setze mich absichtlich in meinem Lebensstil, in meinem Alltag, kalter Luft aus. Diese drei Faktoren würde ich mal sagen, haben wir. Zusätzlich gibt es noch weitere medizinische Aspekte, wie in der Krebstherapie, Kälte oder in der Fettzellen zu killen und sowas gibt es alles, ist heute nicht relevant. Wir werden uns heute ausschließlich mit dem Thema Cold Water Immersion beschäftigen, denn das ist auch die Bezeichnung in der Wissenschaft für die Verwendung von kalten Wasser, um eine gewisse Reaktion im Körper zu provozieren. Das heißt, die meisten Themen, die ich heute anspreche, die meisten Studien, die ich heute zitiere, sind mit kalten Wasser gemacht worden. Es gibt auch viele Studien mit kalter Luft. Das bedeutet zum Beispiel Kryosauna, Kältekammer, Bezug nehmend auf Gelenke, Haut, Fettverbrennung und mentale Aspekte, Depression und so weiter und so weiter. Ist aber heute nicht das Thema. Heute geht es darum, kann ich mit kaltem Wasser meine Regeneration beschleunigen? Punkt. Okay? Bevor ich jetzt rein starte in die erste Studie, diese Folge wird von The Art of Raw gesponsert, weil irgendwer muss das Ganze hier finanzieren. The Art of Raw ist der Nummer 1 Importeur für Chaga-Pilz. Das ist dieser sibirische Pilz, der an der Birke wächst. Und ich sage nur eines, einen einzigen Satz, weil wir gerade hier beim Thema Regeneration sind. Chaga-Pilz ist das stärkste Lebensmittel, das existiert, wenn es um Antioxidantien geht. Das heißt, willst du freie Radikale im Körper abfangen, schädigende Elemente, wenn ich das jetzt mal so einfach sage, darf in deinem Körper abfangen, dann brauchst du dafür Antioxidantien. Und bis jetzt war ja der grüne Tee, die Goji-Beere oder heimische Beeren und so weiter, so die Superstars der Antioxidantien. Aber der Chaga-Pilz killt alles auf dieser Liste mit Leichtigkeit. Die TU Wien hat das bestätigt, mir liegt ein Testbericht vorher von der TU Wien, das ist unabhängig und in Laboranalysen wurde bestätigt, dass Chaga-Pilz, wenn man das aufbrüht mit heißem Wasser, abnormale Antioxidantienwerte erreicht. Das heißt, Chaga als Tee getrunken, definitiv ein Vorteil für ihr Immunsystem, allgemeine Gesundheit und Regeneration. Ausprobieren. www.theoutofroar.at Und dort mit dem Code Richard20 kannst du dir bestellen, was du möchtest. Der Code gilt Langzeit, das heißt nicht nur einmal bei der ersten Bestellung, sondern immer, immer wieder. Ausprobieren. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bei mir ist er immer am Frühstückstisch oder so zwischendurch. Gut, Leute, Studien zeigen, Eisbaden kann, kann ist immer ja nicht 100%, Muskelkater reduzieren, Muskelschmerzen reduzieren, macht uns früher Game Ready, das heißt etwas wiederholen, sportliche Leistung wiederholen, ein Fußballspiel, ein Krafttraining. Krafttraining ist kein Game, ich weiß, aber wir können das jetzt mal in einen Topf hauen. Es hat einen mentalen Einfluss, das heißt es macht mich frischer in der Birne und alles, was mich im Kopf frischer macht, hat eine positive Auswirkung auf meine kognitive und physische Leistungsfähigkeit. Bin ich im Kopf frischer, tue ich mir leichter im Gym, kann man sagen. Weiters werden biochemische Marker für Gewebeschädigungen, die durch Training entstehen, im Körper durch Eisbaden beeinflusst. Positiv beeinflusst. Das heißt, die sinken oder steigen, abhängig davon, was man sich anschaut. Um es auf den Punkt zu bringen, Eisbaden hilft definitiv bei der Erholung. Es gibt sehr, sehr gute Studien dazu. Wir können jetzt mal salopp sagen, Eisbaden hilft bei der Erholung. Es gibt aber Einschränkungen und diverse Limitationen bzw. Gefahren. Und auf die werden wir heute natürlich auch noch mit eingehen. Allererstens, und das ist das, was die meisten Leute nur interessiert, wie sieht es aus mit dem Thema Muskel? Und ich komme jetzt einmal hier zum Muskelschmerz bzw. Muskelkater. Da gibt es eine richtig gute Analyse aus dem Jahr 2021, also auch super, super fresh. Die zeigt, dass Eisbaden signifikant Muskelkater reduzieren kann. Aber nur in den ersten 24 Stunden. Das heißt, wenn ich übermorgen draufkomme, dass ich Muskelkater habe oder vielleicht gerade bekomme, dann könnte es helfen, könnte aber auch schon zu spät sein. Das heißt, in den ersten 24 Stunden ist es dann umso relevanter, dass ihr in die Eistonne hüpft oder in die Eiswanne oder in die kalte Dusche oder was auch immer. Danach sind die Unterschiede zu anderen Interventionen relativ gering. Andere Interventionen wären jetzt zum Beispiel Massage oder dergleichen. Das heißt, da sind dann jetzt so keine großen Unterschiede mehr beim Muskelkater zu verzeichnen. Das heißt, innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Belastung ist es notwendig, die Kälte anzuwenden. Gibt es einen zu früh? Da kommen wir später dazu. Also, erster intensiver Schmerz, erste intensive Schmerzphase, da kann Eisbaden definitiv helfen. Es gibt Studien, die zeigen, dass das nicht stimmt. Und jetzt denken Sie alle so, na super. Also worum erzählst du uns das dann überhaupt? Ganz einfach und ich sage es immer, 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 immer wieder. Und mehrere Köche, die verderben nicht den Brei, aber produzieren verschiedene Suppen. Das heißt, man muss sich immer das Gesamtsetting anschauen. Man muss berücksichtigen, in welchem Auftrag vielleicht eine Studie gemacht wurde, wer die Wissenschaftler sind, wer die Studie gelesen hat, wie er sie interpretiert hat, wie das Setting der Studie war. Also, es gibt unzählige Gründe, warum verschiedene Ergebnisse zu einem Thema rauskommen können. Schauen wir uns das ein bisschen spezifisch an. Ich habe eine weitere Studie gefunden, die sagt, die Trainingsart ist relevant. Und da ist natürlich klar, die Trainingsart macht einen Unterschied. Was trainiere ich denn überhaupt? Beispielsweise HIIT-Training, also High Intensive Intervall Training mit zwei I, nicht zu verwechseln mit dem HIIT-Training mit einem I, das aus dem Kraftsport kommt. HIIT-Training, dort ist es super effektiv. Das heißt, Krafttraining selbst eher moderat, aber HIIT-Training, das heißt so Intervallprogramme und so weiter, etwas, wo man über einen längeren Zeitraum Dinge öfters wiederholt, oder Stationenwechsel oder dergleichen, dort zeigt sich, dass der Effekt von Eisbaden relativ hoch ist. Eine andere Studie zeigt wieder, dass über die gesamte Erholungszeit der Muskelkater signifikant reduziert worden ist. Das heißt, hier haben wir wiederum eine Studie, die nicht das Gegenteil sagt, sondern das Ganze noch ein bisschen unterstreicht. Aber wie immer, vorsichtig sein. Ich orientiere mich gerne an der Mitte. Es kommt laut dieser Studie zu einer geringeren Erschöpfung im Nachhinein durch Eisbaden im Vergleich zu diesen passiven Erholungen. Passive Erholung ist ganz klar, nichts tun. Ich lasse es einfach kommen, schauen wir mal, ob der Muskelkater kommt oder nicht. Weitere Studie, die ich gefunden habe, war eher im Profisportbereich, ist, dass es dort gar keinen Einfluss gehabt hat, beziehungsweise nur einen super geringen positiven Einfluss. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Gerade im Profisport. Wenn Menschen sehr gut trainiert sind, ein sehr gutes Trainingsprogramming haben, mit guten Restperiods, alles schön eingeplant haben, auf sich achten, gut essen und so weiter, viel Trainingserfahrung haben, viele Trainingsjahre und so weiter, hat natürlich Training einen ganz anderen Effekt. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Alexander Rakic redest über Muskelkater, dann kann der, der nicht so viel erzählen, wie jetzt zum Beispiel jemand, der vor einem Jahr angefangen hat mit Kraftsport und Thai-Boxen oder sowas. Das heißt, beim Anfänger ist der Muskelkater natürlich auch deutlich stärker und somit auch der Effekt einer Intervention deutlich besser. Also das ist relativ easy. Genauso wie ein Supplement deutlich besser hilft, beziehungsweise es zumindest subjektiv die Annahme ist der Person, weil der Status ein anderer ist. Wenn ich zum ersten Mal in ein Gym gehe und Vollgasbeine trainiere, kann ich drei Tage nicht gehen. Das Problem hat Alexander Rakic nicht, weil er das seit über zehn Jahren schon macht. Gut. Eines möchte ich da auch noch dazu erklären, auch weil ich jetzt gerade bei Anfänger-Fortgeschrittenen gewesen bin, die Trainingsplanung generell, auch wenn du jetzt fortgeschritten bist und sagst, boah, ich habe immer Muskelkater des Todes, auch da oder gerade da stellt man sich mal vielleicht die Frage, warum ich immer Muskelkater habe, ob meine Trainingsplanung vielleicht nicht so schlau ist, ob ich übertriebene Reize in einen gewissen Bereich setze und woanders wiederum zu wenig, ob ich die Trainings zu nah aneinanderreihe, ob ich vielleicht mit Muskelkater gar nicht trainieren gehen sollte und so weiter und so weiter. Ich will nur einen Denkprozess anstoßen. Das ist nicht so easy. Ich weiß es. Aber nachdenken und immer wieder screenen das System, die Trainingsplanung, die man selber sich gemacht hat, die der Trainer gemacht hat, der Trainer für den Athleten, auch dort immer wieder zu screenen und zu schauen, ist das richtig? Habe ich genug Pausezeiten, Restdays, Weekends, Urlaube, D-Loads und so weiter und so weiter. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und mir ist klar, wenn die nächste Einheit vor der Tür steht, weil es am Plan steht, weil ich Profisportlerin bin oder Profisportler oder ich bin in einer Wettkampfphase oder in einem Turniermodus, vollkommen klar, da muss ich dann durch. Und da ist natürlich nur die Frage, wie kann ich es mir am angenehmsten, sage ich mal, unter Anführungszeichen gestalten. Gut. Schauen wir uns was anderes an. Ich habe noch eine andere Studie gefunden im Bereich der Schnellkraft und die zeigt, dass Cold Water Immersion, das heißt Eisbaden und Kältetherapie mit Wasser, Schnellkraft verbessert und das heißt Sprint oder Sprung beispielsweise aus dieser Studie und das besonders am zweiten Tag nach der Belastung. Also in der Studie ist die Rede davon, dass eine gravierende Verbesserung am zweiten Tag nach der Belastung da war. Was die Studie auch zeigt, Maximalkraft, da gab es keine erwähnenswerte positive oder generelle Veränderung. Also nahezu gar nichts. Gut. Das heißt Schnellkraft, bin ich Schnellkraftsportler, Rugby, Olympisches Gewichtheben, meisten Kampfsportarten und so weiter und ich sage jetzt einmal, ein Großteil der Profisportarten ist Schnellkraftlastik, auch wenn du es nicht glaubst. Fußball, Basketball, Springen, Sprinten, das ist dort tägliches Brot. Das sind keine Ausdauersportarten. Dort kann es helfen. Insbesondere wenn es intermittierend ist. Das heißt immer wieder in Abständen, Fußball ist ein gutes Beispiel mit den Sprints. Durchschnittlicher Fußballspieler sprintet 80 bis 120 Mal pro Spiel. Das ist doch echt viel, oder? Da kann kaltes Wasser auf jeden Fall helfen. Was wichtig ist, ist zu berücksichtigen, dass ich durch Coldwater Immersion oder Eisbaden, Kälteterapie, was auch immer, niemals besser als Normal Level sein kann. Das heißt, mein normales Level, das ist so mein Ziel, das in jedem Training zu halten. Egal, ob du jetzt mit irgendwelchen Motivationssprüchen kommst, ich muss über 100% geben, heute gebe ich 110%. ist weder mathematisch möglich noch physiologisch möglich. Das heißt, dein normales Level wäre das Ziel, beim nächsten Training wieder zu liefern. Und Eisbaden hilft dir dabei, das zu machen. Wenn ich wiederkomme, ins Stream, aufs Feld oder was auch immer, meine Leistung zu reproduzieren. Ich kann niemals besser sein, als mein normales Level. Es kommt nicht zu einer Steigerung, sondern eher zu einer anhaltenden Leistungsunterstützung. Das heißt, in diesen Studien, die ich dazu gelesen habe, ist es so, dass der Abfall im Vergleich zum Normallevel geringer ist, als bei passiver Erholung. Das heißt, Eisbaden gibt mir die Möglichkeit, länger zu performen. Jetzt schauen wir uns aber die biochemischen Marker an dazu. Also ein bisschen in den Körper hineingehen, in die Biologie hineingehen und schauen, was dort so passiert. Gibt es natürlich auch sehr schöne Analysen zu Cold Water Immersion und Erholung und viele dieser biochemischen Parameter wurden da gemessen. Zum Beispiel die Lactat-Konzentration ist deutlich reduziert bei der Gruppe der Eisbader. Lactat kennen auch viele der Ausdauersportler, ein Stoffwechselprodukt, das beim Abbau von Glucose im Körper entsteht und gerne auch gemessen wird, um eine Leistungsschau auf den Sportler zu machen. Also die Leistungsveränderung des Athleten zu messen. Aber Kreatinkinase-Abtransport beispielsweise gab es keinen Einfluss. Das heißt, Lactat-Konzentration, positiver Einfluss. Kreatinkinase-Abtransport kaum ein Einfluss. Und das ist ein Maßstab, kann man sagen, diese Kreatinkinase für die Schädigung von Muskelzellen. Das ist auch nicht unrelevant, insbesondere jetzt natürlich für Schnellkraftsportler oder Kraftsportler. Das heißt, hier jetzt mal, wir sind jetzt, sage ich jetzt mal, bei der Mitte in etwa und tendenziell würde ich jetzt mal sagen, Eisbaden hat eine positive Wirkung auf den Körper. Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, die Studien, die ich jetzt bisher zitiert habe, würde ich sagen, Eisbaden hat eine positive, positive Wirkung auf den Körper eines Sportlers, einer Sportlerin. Insbesondere im Wettkampfmodus und beispielsweise bei intermittierenden Sportarten wie Fußball, Teamsportarten, Ballsportarten und so weiter und so weiter. Hit-Programmen, Crossfit, Kampfsport und dergleichen. Jetzt kommt aber ein kleines, großes Aber. Wie schaut es denn aus mit den Langzeiteffekten bei regelmäßigen Eisbaden? Da ist jetzt die nächste große Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Soll ich Eisbaden direkt nach dem Training? Denkt es mal kurz nach. Die Frage habt ihr euch auch sicher schon gestellt. Oder habt ihr euch gedacht, nach dem Training gehe ich sowieso duschen, also die meisten zumindest, dann könnte ich auch gleich das Eisbaden machen, oder? Ist dann der Effekt, den ich gerade provoziert habe im Körper durch das Training vermindert, ja oder nein? Und da muss man mal ganz stark unterscheiden, ob ich schneller Game Ready werden will. Ihr erinnert euch von vorhin. Ich möchte morgen wieder leisten und deswegen gehe ich heute Eisbaden, um morgen eher wieder an meinem Normal-Level zu sein. Super, super wichtig. Oder ich will eine Leistungssteigerung. Und da gibt es Studien, die sich tatsächlich mit dieser Thematik beschäftigt haben und insbesondere mit dem Thema Krafttraining. Und da ist ganz deutlich sichtbar, dass es hier zu einer reduzierten Entwicklung kommt. Wow. Also das ist jetzt einmal super krass, weil ich bin Kraftsportler seit eh und je, seit ich denken kann. Und ja, auch ich habe schon Eis gebadet beziehungsweise kalt geduscht nach dem Training. War wohl nicht so schlau. Abgesehen davon, dass du durch das Training schon eine Immunsystem beeinflussende Wirkung hast. Das heißt, das Immunsystem wird kurzzeitig getriggert und runtergefahren beziehungsweise der Körper wird angreifbar. Plus dem, dass du dann Eisbaden gehst, direkt danach, was einen ähnlichen quasi Verdoppelungseffekt hat. Also die zwei Sachen, die muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist zweimal Gift gegen verschiedene Krankheiten. Das könnte sein, dass es too much wird. Aber kommen wir zurück zum Krafttraining. Große Analyse gab es dazu. Die haben sich angeschaut, Maximalkraft, Isokraft, also isometrische Kraft, Kraftausdauer und allgemeine Leistungsfähigkeit. Und das Traurige an der Geschichte ist, da gab es eine Vergleichsgruppe dazu und die hat gezeigt, dass die Entwicklung ohne Cold Water Immersion, ohne Eisbaden höher war. Okay, das heißt, direkt nach dem Krafttraining Eisbaden im Vergleich zu nach dem Krafttraining Nix machen, hat die Nix-Gruppe eine höhere Verbesserung gehabt. Einen höheren Trainingseffekt, eine größere Steigerung gehabt. Yes, schade dazu. Also willst du stärker werden, dann würde ich Eisbaden nicht direkt nach dem Training machen, sondern besser ein paar Stunden später oder am nächsten Tag oder grundsätzlich seltener machen. Also wie wir zum Beispiel, also ich mache das zwar jeden Tag zu Hause, aber wir gehen einmal die Woche an die neue Donau und sind dort dann halt für ein paar Minuten in der Kälte, um die gesundheitlichen Effekte abzugreifen. Also zwei bis drei Minuten würden schon reichen und wenn für dich diese gesundheitlichen Effekte wichtig sind, kannst du das genauso machen, beziehungsweise diesen thermogenen Lebensstil wählen. Das heißt zu Hause die Heizung runter um zwei Grad im Schlafzimmer die Heizung ausschalten, auf die Straße gehen ohne Daunenjacke, sondern mit einer leichten Herbstjacke, darunter nur ein T-Shirt und so weiter und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Den morgendlichen Kaffee auf dem Balkon genießen, auch im Winter oder sorry, gerade im Winter und wenn du draußen spazieren bist, mal unterwegs auf der Prater-Hauptallee und sowas, einfach mal die Jacke ausziehen und ein paar Minuten mit dem T-Shirt spazieren. Das sind Beispiele für einen thermogenen Lebensstil. So, jetzt müssen wir uns aber anschauen, warum das so ist, dass Krafttraining nicht so profitiert von dem Thema Kälte. Genau ist das noch nicht wirklich bekannt, aber es gibt ein paar Theorien, dass zum Beispiel das Eisbaden die Muskelproteinbildung vermindert, Entzündungsmechanismen beeinflusst bzw. gehemmt werden, die den Muskelaufbau notwendig machen. Das heißt, wir wissen ja, super Kompensation, wir gehen ins Gym um zu trainieren, um etwas kaputt zu machen, also nicht die Handeln, sondern Muskelgewebe. Das wird dann nachher durch Nährstoffe und Schlaferholung und dergleichen wieder repariert und dadurch stärker oder dicker oder was auch immer, also was Gutes. Und das könnte sein, dass dieser Prozess hier einfach gestört ist. Was durch Kälte auf jeden Fall gefördert wird, das ist auf jeden Fall etwas Positives zu sehen, kann man sich jetzt selber zusammenreimen, was das für den Muskelaufbau oder Kraftzuwachs betrifft. Die Autophagie wird durch Kälte angeregt. Das heißt, unter Zelltod, das heißt, fehlgefaltete Proteinteile, die nicht brauchbar sind, die zum Beispiel in den Zelltod geschickt werden, im Körper rumlungern und rumliegen, Zellmüll, wird durch den Prozess der Autophagie recycelt. Das heißt, die Zellpolizei wird rausgeschickt, es werden Zell, Bauteile markiert, eingesammelt und dann in die Verwertung geschickt, auf den Recyclinghof. Das ist mal positiv. Das heißt, dieser Müll, der normalerweise den Körper blockiert, wird zerlegt und entschieden, wegschmeißen, ausscheiden oder zurück in den Kreislauf. Das heißt, Proteinsynthese. Das heißt, ich kann mich ein bisschen selber essen, positiv gesehen. Ja. Weiters habe ich gelesen, dass die Bildung der Vorläufer neue Muskelzellen gehemmt wird. Das könnte einen der Hauptgründe sein, warum es hier keine Entwicklung gibt. Zum Beispiel im Muskelzuwachs direkt nach dem Bodybuilding, Krafttraining, wenn man Eis badet. Okay, das muss man sich wirklich, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Weiters auch das Thema der Testosteronausschüttung. Es kann sein, also ich habe Studien gelesen, die das bestätigen, welche, die das nicht bestätigen und welche, die sich da nicht sicher sind, dass die Testosteronausschüttung beeinflusst wird durch diesen Stress der Kälte. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, du gehst ins kalte Wasser, das ist ein Stress, Cortisol schießt rauf, dass der Körper jetzt nicht viel Lust hat, Testosteron zu produzieren, ist verständlich. Die Problematik ist die, Krafttraining regt Testosteronspiegel an, somit was Positives, das wissen wir, deswegen fühlen wir uns nachher auch ein bisschen stärker als vorher, auch wenn es nur im Kopf ist. Könnte sein, dass auch dort der Hund begraben ist, aber es ist nicht 100%. Gut, aber langer Rede, kurzer Sinn, Krafttraining und direkt danach in die kalte Dusche oder in die Eiswanne nicht so gut. Besser zwei, drei Stunden warten oder am nächsten Tag machen, abhängig davon, also wenn du jetzt sechsmal die Woche trainierst, ist das natürlich ein Problem. Schauen wir uns aber was anderes an, das Ausdauertraining oder den Ausdauersport. Dort ist CWI, also Cold Water, Merschen, Kälte und dergleichen kein Problem, beziehungsweise nicht so ein Problem. Denn diese Sportarten sind ja weniger muskulär, sondern Herz-Kreislauf-System dominant. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System spielt dort die größte Rolle. Und hier ist kein negativer Effekt durch Cold Water, Merschen, gemessen worden am Herz-Kreislauf-System. Also im Gegenteil, wenn wir daran denken, wie der Homes ist, ich schocke das Herz kurzzeitig und dadurch wird es stärker. Das ist ein Trainingseffekt für das Herz. Es gibt auch Ideen dazu, dass mehr Mitochondrien gebildet werden im Herz und in der Muskulatur, was wiederum eine bessere Ausdauerleistung möglich machen würde, beziehungsweise eine allgemeine, höhere Energieproduktion im Körper. Aber das ist ich nicht ganz sicher. Aber ich werde in einem der nächsten zwei Podcasts auf das Thema im Detail gehen. Weil Mitochondrien wieder ein eigenes Thema ist. Wir wissen, diese Zellorganellen unsere Kraftwerke im Körper, die ATP produzieren. Das heißt, die uns die Möglichkeit machen, überhaupt irgendwas zu tun in unserem Leben. Kein ATP ist tot. Okay? Mitochondrien produzieren ATP. Super wichtiges Thema. Kommt in den nächsten zwei Podcasts definitiv raus. Weiters kommt es durch kaltes Wasser langfristig dann zu einer besseren Erregbarkeit der Muskulatur. Das ist wiederum eine positive Auswirkung für den Ausdauersportler. Also Ausdauer würde ich mal sagen ist definitiv also neutral aber eher eher positiv zu bewerten was Kältetherapie betrifft. Aber in dem Sport braucht es trotzdem mehr Forschung. Vor dem Training im Training Kälte anzuwenden im Ausdauersport funktioniert da auf jeden Fall super top. Also da kommt jetzt dann noch eine Folge raus von mir die heißt Leistungsfähigkeit steigern durch Kälte glaube ich oder so und da habe ich erstens einmal das Thema durchleuchtet was ist wenn ich mich kühle vor und eben im Training und das ist Paradox und ich habe ein Interview mit Benjamin Rauscher der Kälte Westen und dergleichen vertreibt und uns das System ein bisschen näher bringt und weiters habe ich für den Alexander Akitsch für den Leistungssportler den ich betreue ein System aus Amerika bestellt das heißt kohlt mit steckt man die Hände rein und die werden dann runtergekühlt mit 14-15 Grad in etwa für drei Minuten um zwischen den Sätzen beispielsweise jetzt beim Kraftsport den Körperkern zu kühlen und somit wieder mehr Leistung zu produzieren super geiles Thema bin gespannt was ihr dazu sagt Leute so was passiert eigentlich genau wenn man sich ins Eiswasser reinlegt grundsätzlich kommt es zu einer Blutumverteilung das ist so ein Schutzmechanismus um die Unterkühlung zu zu vermeiden die Umverteilung ist von der Peripherie Hände Beine also Arme Beine in den Körperkern ins Zentrum hinein in die Körpermitte Organe schützen Gehirn schützen das heißt Gehirn und Körpermitte das heißt wird auch von der Haut weggepumpt aus den Muskeln und aus dem lokalen Blut werden dann Stoffwechselprodukte abtransportiert und der positive Effekt davon ist dass der Muskel schneller entsäuert wird das ist der positive Effekt davon negativ wäre jetzt in diesem Fall zu sagen kein Nährstofftransport zum Muskel findet statt ihr müsst euch vorstellen in der Peripherie Beine Arme die wir wachsen lassen wollen kommt es zu Gewiffes Verengungen das heißt der Blut Transport Blutaustausch mit der Peripherie ist schlechter kann man sagen für diesen Zeitpunkt und eine gewisse Zeit das dauert schon Zeit bis es wieder normal ist und dadurch ist ein Nährstofftransport zum Muskel geringer aber das ist ja nicht den ganzen Tag so bei gut trainierten Eisbadern ist es so dass das relativ rasch reflektorisch wieder aufgeht teilweise sogar schon im Wasser beziehungsweise kurz danach aber man sagt halt in der Theorie es könnte sein dass der Muskelwachstum dadurch eingeschränkt wird ja aber man muss jetzt das nicht übertreiben wie gesagt relativ rasch geht das Ganze wieder auf der Vorteil auch von einer Gefäßverengung jetzt auf lokal gesehen in der Muskulatur könnte nämlich auch sein dass die Bildung von Schwellungen und Ödemen und so weiter verringert ist auch nicht so schlecht nach ein Thai-Boxen wenn es ein paar ordentliche Logik kassiert kassiert wurden dann könnte mich das interessieren aber jetzt wird es geil dieses hohe zentrale Blutvolumen also zentral heißt in der Körpermitte aktiviert meinen Parasympathikus nicht im ersten Moment aber so nach 30 bis 60 Sekunden im Normalfall im ersten Moment habe ich ja meistens immer diesen Kälteschock und der Sympathikus wird aktiviert was ist der Unterschied Sympathikus Nervensystem für Kampf und Flucht Angst oh mein Gott es passiert und Parasympathikus ist das Gegenteil Ruhe und Erholung und Verdauung ich chill auf der Couch nach der Flucht nach dem Kampf was auch immer das heißt nach dem Eisbaden oder noch für viele im Eisbaden kommt es zu einer inneren Ruhe und einer hohen Zufriedenheit und ist aber auch der Grund warum dann wenn man so Parasympathisch wird nach dem Eisbaden die Leistungsfähigkeit vermindert wird außer im Precooling das heißt wenn ich Kälte einsetze gezielt strategisch von der Zeit gering um meine Leistungsfähigkeit anzuheben alles ein bisschen verwirrend aber was heißt das im Großen und Ganzen wenn ich richtig Org Parasympathisch bin also echt zur Ruhe gekommen bin mit Unterstützung vom Eiswasser das heißt das ist eine andere Strategie dann würde ich nachher auch keinen Sport machen genauso aber auch nicht umgekehrt davor keinen Sport machen das heißt ich spreche jetzt wirklich nur diese Extremvariante an dieses ich laufe jetzt beispielsweise auf der Donau eine Stunde hin und her bin richtig außer Atem habe ein fettes intensives Training gemacht und schmeiße mich dann in die Donau hinein die hat 8 Grad keine Ahnung es ist März dann sage ich dir dass das nicht so schlau ist weil du hast halt diesen Gefäß verengenden und Gefäß erweitenden diesen Vasokonstruktion bzw. Vasodilitationsmechanismus im Körper und das kann gefährlich fürs Herz-Greislauf-System werden super belastet und heiß super kalt und vielleicht zu lange Wasser das ist definitiv nicht so super ratsam also vorsichtig damit das heißt das Kälteeinsatz rund um das Training ist wirklich mit Bedacht und mit der Führung eines erfahrenen Coaches zu machen meiner Meinung nach ok schauen wir uns an Hobbyathleten gegenüber den Profis Anfänger und Profis haben definitiv unterschiedliche Bedürfnisse und der Trainingszustand ist das super relevant und ich habe vorher schon gesagt du kannst als Anfänger nicht dasselbe erwarten wie ein Fortgeschrittener aber auch nicht umgekehrt das heißt die Fortgeschrittenen sagen mir dann oft also mir bringt das nichts ich spüre gar nichts ok die Studie sagt dass das passieren sollte und du spürst das nicht ist so weil du vielleicht so super fortgeschritten bist kann natürlich sein der Trainingszustand ist definitiv relevant es gibt aber keine Studie die ich gefunden habe wenn ihr was findet jetzt schickt sie es bitte mit dem direkten Vergleich mit dem direkten Vergleich ok zwischen Anfängern und Fortgeschritten theoretisch profitieren Anfänger mehr von Cold Water Immersion Cold Water Immersion von Kältetherapie als Fortgeschrittene und Profis das muss man aber alles auf jeden Fall individuell betrachten das heißt wenn sich jemand durch den Einsatz von Kälte Kältetherapie Sauna lokal am Muskel draußen an der Luft in der Eiswanne und so weiter besser fühlt und auch physisch besser fühlt und merkt dass seine Leistung dadurch positiv beeinflusst ist das ist ein subjektiver Gedanke das ist das was ich selber fühle was mir keine Studie jetzt irgendwie unter Anführungszeichen wegnehmen kann dann ist es ok dann probiere das insbesondere wenn es um mentale Aspekte geht und das ist etwas wo ich sagen würde mental hat mir Eisbaden extrem geholfen also habe ich an Selbstvertrauen noch einmal ordentlich einen Tick dazugewonnen und deswegen sage ich ist das bei dir auch so dann halt es gesund und bleib dran ok eines noch Athleten Athletinnen sind nicht alle gleich Körperzusammensetzung gibt es super dünne Athleten und Athletinnen super dicke groß klein viel Muskeln wenig Muskeln viel Körperfett wenig Körperfett und so weiter das hat natürlich eine Auswirkung auf unsere auf die Fähigkeit wie lang wir im Wasser sein können beziehungsweise wie die Wirkung auf uns ist der Körperbau ist definitiv relevant das heißt hohe Muskelmasse geringer Fettanteil ist gleich eine starke Durchblutung und das kühlt dann auch schneller aus ok das heißt Bodybuilder haben tatsächlich einen Nachteil wenn sie ins kalte Wasser gehen das heißt hast du einen hohen Muskelanteil und wenig Fett dann solltest du das berücksichtigen bleib vielleicht eine Minute weniger lang drinnen als dein Freund der Sumoringen macht oder ich weiß es nicht ok niedriger Körperfettanteil bleib bitte nicht zu lange im Wasser wie gesagt der muskulöse Körper kühlt schnell aus die Menge macht definitiv das Gift in diesem Fall das heißt für die Gesundheit ist es mir wichtig dass du es nicht übertreibst und da braucht es keine Wim Hof 20 Minuten bei nahe Null oder sowas das hat im Sport wirklich nichts verloren das sind mentale Herausforderungen zwei bis drei Minuten sind schon vollkommen ausreichend für den Sportler ok oder bei höheren Temperaturen also zwei bis drei Minuten beniedrigen Temperaturen unter 5 Grad rund 5 Grad und bei höheren Temperaturen für die Regeneration 10 bis 15 Minuten bei 10 bis 15 Grad ist so ein so eine Regel kann man mal sagen ja was sind denn so die besten Methoden überhaupt also jetzt so vom Verhalten her meiner Meinung nach solltest du so ruhig wie möglich sitzen ich sehe noch immer Leute in Videos und auf der Donau und so weiter die rein hüpfen no go die rein laufen schreiend no go oder die anfangen herum zu schwimmen oder sowas alles no goes ok Ruhe ist hier das allerwichtigste egal ob in der Dusche in der Eiswanne oder in der Donau oder in deinem See vorm Haus langsam reingehen und dabei permanent versuchen den Fokus auf das Ausatmen zu bringen die Kälte annehmen versuchen Freundschaft zu schließen deine Zeit drinnen absitzen und dann wieder raus ok egal ob das Wasser 3 Grad hat 8 Grad hat oder 15 Grad hat positive Effekte sieht man in Studien auch bei diesen hohen Temperaturen hohen Temperaturen Gänsefüchschen 15 Grad ist auch nicht das allerlustigste aber ja also Ruhe ist besonders wichtig bitte versuchen nicht daraus Action zu machen und irgendeine Ego Nummer und den Freunden zu zeigen wie cool du bist Köpfle ins Wasser lass es bitte im Turnier du bist bei der Kickbox WM und du musst Mittwoch Donnerstag und Samstag Sonntag jeweils fighten das heißt vier Tage hast jeden Tag zwei drei Fights da kann dir Eisbaden definitiv helfen kurz und regelmäßig ist da das Wichtige es reicht wahrscheinlich ein bis zwei Minuten und dass du es nicht übertreibst du musst es natürlich auch gewohnt sein von davor du kannst nicht einfach in der Kampfwoche anfangen wird das deine Entwicklung fördern nein wahrscheinlich nicht aber macht es dich schneller wie der Turnier ready ja ziemlich sicher dann ist die Frage natürlich was ist dein primäres Trainingsziel Ausdauerkraft Schnelligkeit und Bodybuilding was ist dein primäres Trainingsziel und dann zu entscheiden mache ich das direkt nach dem Training wie lange mache ich es mache ich es überhaupt oder mache ich es zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nur meine Gesundheit zu fördern genau denk an das Precooling also vor der Kälte entschuldige vor dem Training Kälte anzuwenden oder im Training Kälte anzuwenden um deine Leistung zu steigern das heißt wir reden ja hier Regeneration immer nach dem Training aber Precooling da kommt noch ein eigenes Video dazu und da bin und ein Blogbeitrag auch und da bin ich sehr gespannt was ihr dazu sagt wenn du dir unsicher bist bei dem ganzen und wie du das integrierst und der gleichen würde ich dir empfehlen ein Tagebuch zu führen Trainingstagebuch in der Verbindung mit dem Coldwater Tagebuch das heißt du siehst einfach Powerlifting ist super Powerlifting ist perfekt weil du hast deinen Trainingsplan in einem idealerweise in einem Buch oder in einem Excel oder was auch immer und schreibt machst dann immer noch eine Spalte und sagst dann kalt gebadet und dann vielleicht ein Fazit einen Tag später Muskelkater ja nein Trainingsleistung im nächsten Training und sowas ist es so wie gewohnt fortgeschrittene Powerlifter haben natürlich den Vorteil die wissen heute steht am Plan 3x3 mit 220 Kilo Kreuzheben war urschwer heute eigentlich war alles okay ich habe gestern kalt geduscht nach dem Training und so weiter und so weiter hier ein bisschen selber reinhören und schauen ob das für dich irgendwie einen Vorteil mitbringt bin mir ganz sicher dass Kälte einen Vorteil nicht nur gesundheitlich sondern auch für die Leistung mitbringt aber wir müssen unserem Körper die Zeit geben und fair zu ihm sein und das nicht zur Egonummer machen sondern da wirklich schauen dass du daraus einen Profit schlägst indem du einfach Rücksicht nimmst dein Körper braucht Zeit zur Adaption und reingehen und eine Viertelstunde bei nahe null im Fluss sitzen kann sein dass dir das gar nichts bringt sondern im Gegenteil du krank davon wirst weil du dich nicht gewöhnt hast wie beim Training musst du dich auch gewöhnen und dann sagst Eisbadens ist nichts für mich da wäre ich immer krank das habe ich schon oft erklärt das ist Käse das machen wir nicht und deswegen geh zurück zu meinem Blog bzw. Podcast der da heißt das Einmaleins Eisbadens in der Dusche glaube ich da ist auch im Blog drinnen und auch im Podcast so ein Chart so ein Excel-Chart wo ich so einen 8-Wochen-Plan reingestellt habe du startest einfach mit 30 Sekunden knöchelkalt duschen und gehst langsam 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 weiter wenn jemand zu mir sagt knöchelkalt duschen und ich brauche einen Monat bis ich beim Oberkörper bin das mache ich nicht oder was auch immer dann sage ich draußen leicht bekleidet rumlaufen damit meine ich jetzt nicht so in Boxerschwarz oder sowas sondern wie gesagt leichte Jacke oder sowas Heizung runter knöchelkalt abduschen und sowas Waden abduschen halbe Minute das hilft schon und das steigert die Fettverbrennung es ist so also Leute wir kommen jetzt in den nächsten Folgen relativ rasch zum Thema Mitochondrien werden die gesteigert ja nein also mehr Kraft sorry mehr Energie durch Kälte ist das möglich auf biochemischer Ebene dann kommt das Thema Precooling Percooling das ist super wichtig für die Leistungssportler die die letzten 2% rausholen wollen das heißt kann ich durch Kälte Leistung anheben dann kommen dazu noch ein paar Interviews mit anderen das wird ziemlich cool dann schauen wir uns nochmal an das System vom Cold mit das heißt dieses wo man die Hände reinsteckt da habe ich dann noch Piet Housema eingeladen der sich das System im Detail lang gesehen hat und das mit Alexander Rakic einsetzen wird in unserem Trainingslager also es passiert noch ein bisschen was rund um Kälte und ja dann in so 2-3 Wochen ist dann Schluss mit Kälte dann machen wir dann was anderes ok was das genau sein wird erzähle ich euch noch bis dahin frostige Erfahrungen wünsche ich euch und seid so gut geht nochmal auf www.theartofroar.at und checkt euch mit Richard20 den Chaga-Pilz als Tee oder als Extrakt oder was auch immer um eure Antioxidantien-Niveau im Körper zu boosten ich sage euch das werdet ihr nicht bereuen und meine Bitte für mich ist jetzt einfach liken Sternchen hinterlassen Kommentar hinterlassen Frage stellen für meine Q&A Sessions weiterleiten Screenshoten posten Stories machen was auch immer macht es den Rich Headroom ein bisschen bekannter Leute ich liebe es das zu machen was ich hier tue aber es muss einen gewissen Bekanntheitsgrade erreichen dass das Ganze auch einen Sinn hat und sich auszahlt und ich freue mich über jede Zuhörerin unter euch und jeden Zuhörer und jeden Zuschauer jede Zuschauerin und alle die hier mitwirken alles Liebe und vielen Dank macht es gut bis bald